Hallo liebe Freunde, heute haben wir einen, nein zwei, der Spielleute von Saltatio Mortis. Hier für euch in unserem Saltatio Mortis Studio. Und wir werden über unsere neue CD, Sturm aufs Paradies, sprechen. Hallo lieber Falk. Hallo lieber Herr von Mimmelstein. Es freut mich auszunehmen, dass du heute Zeit gefunden hast. Ich weiß, dieses Rock'n'Roll-Leben ist sehr stressig und anstrengend. Deswegen wollen wir gleich zur Sache kommen, sprechen wir über unsere neue CD, Sturm aufs Paradies. Und die verschiedenen Editionen, die es davon geben wird. Lieber Falk, erzähl uns doch etwas darüber. Zum Ersten, ihr müsst alle kaufen. Eigentlich solltet ihr alle kaufen. Es wird eine reguläre Edition geben. Es wird eine limitierte Auflage geben. Es wird eine Special Edition mit Bonus-DVD-Material geben. Und eine EMP-Version mit Flöte. Tja, holt sie euch alle. Das wird das Beste sein. Ach so? Wunderbar. Also ich hoffe, damit sind alle... Ja, jetzt lasst mich doch ausreden. Und wir beide, der Herr von Mümmelstein und der Falk, ihr Fried von Hasen Mümmelstein, wünschen euch viel Freude beim Einkaufen und dann natürlich beim Besuch unserer wunderbaren Tour. Du könntest mich mal ausreden lassen. Wir sehen uns wieder an gleicher Stelle. Mal sehen, wen von uns hier zu Gesicht bekommt. Mich. Das waren für euch die Spielleute von Saltatio Mortis. Von den Spielleuten von... Ja, habe ich schon gesagt. Saltatio Mortis. Mensch. Dankeschön. Bitte. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.